Angriffe passieren selten einzeln. Das heißt, meistens ist es eine Kombination aus geraden und seitlichen Angriffen. Zusatzkomponenten sind festhalten, packen, ziehen und andere Dinge der Art. Das Ganze jetzt auch nochmal für euch Vollgas unter Druck, mit wenigen Erklärungen, aber ihr seht, wie die einzelnen Elemente verknüpft werden. Oh, oh, oh! Was sollst du? Ich will den Kämpfen legen! Komm schon, komm schon! Huch, komm! Huch! Ah! Ufff, ufff, ufff